Der Action Manager – ein optionales Tool, mit dem aus Ihrem Reporting-Dashboard eine Kommunikationsplattform aller an dem Mystery Research Projekt beteiligten wird. Verantwortliche vor Ort, Vorgesetzte, Regionalmanager etc. erhalten die Möglichkeit, auf Testergebnisse direkt zu reagieren und automatisiert oder manuell weitere Maßnahmen zu initiieren, wenn anhand der Mystery Shopping Ergebnisse zum Beispiel bestimmte KPIs die Beseitigung eines manchmal zeitkritischen Mangels anzeigen. Und zwar bevor der nächste, diesmal reale Kunde, eine negative Kundenerfahrung erlebt. Innerhalb dieses geschlossenen Systems werden diese von Testkunden erkannten Mängel zu Handlungsaufforderungen, sogenannten Maßnahmen, formuliert und unmittelbar an die Verantwortlichen vor Ort adressiert. Der Status der Beseitigung dieses Mangels wird innerhalb dieses Tools dokumentiert und ist somit in Echtzeit nachverfolgbar. Mit dem Action Manager haben Unternehmen ein schlagkräftiges Instrument an der Hand, welches zeitnah und direkt nach Erhebung der Testergebnisse ermöglicht, Potenziale für Unzufriedenheit für reale Kunden am POS zu beseitigen und so einen erstklassigen Kundenservice zu bieten. Ein effektives, direktes Instrument im Kundenservice und Kundenerlebnismanagement.